Oh Gott, nein, also jetzt fang ich auch mal zu heulen, Leute, oh Gott. Also das sind echt diese Nachschwangerschaftskommune. Juhu, Raketen, wie geht es euch? Wie war eure Woche? Heute ist Montag. Ich mache heute ein sehr frühes TGI-RF. Normalerweise mache ich das ja immer so Mittwoch, Donnerstag. Ich bin aber diese Woche in Köln von Dienstagabend bis Donnerstagabend. Yay, Ausschlag. Ich arbeite dort und deshalb kann ich eben kein TGI-RF jetzt die Tage vorbereiten. Und damit das auf keinen Fall ausfällt und da nichts dazwischen kommt, mache ich das eben heute schon am Montag. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ihr habt so unfassbar, unfassbar viele Sachen geschrieben. So viele schöne Sachen. Ich werde da gleich mal ein paar Dinge vorlesen. Zuallererst, ich hatte euch ja auch gefragt hier von wegen Location-Wahl jetzt für TGI-RF, weil ich ja hier auf meinem Bett sitze. Ein ganz kleiner Teil von euch fand das, glaube ich, nicht so cool auf dem Bett. Aber der große Teil fanden es toll hier, weil viele von euch immer sagen, naja, es ist ja so gemütlich irgendwie auf dem Bett und es ist so schön. Und viele finden auch, dass ich das so schön eingerichtet habe. Dankeschön, Leute. Manche mögen das ja nicht. Manche mögen das nicht, wenn das Schlafzimmer irgendwie zu weiß und zu steril und so. Aber ich finde das schön. Ich mag das. Ich mag gerade so diese Weiß-Gold-Kombi sehr, sehr gerne. Also werde ich erstmal hier ein bisschen noch auf dem Bett bleiben für TGI-RF. Allerdings werden sich auch Dinge wieder verändern in den nächsten Monaten. Also ja, es wird hier nicht das Bett bleiben, aber lasst euch einfach überraschen. 319 Kommentare, die so schön geschrieben waren, ohne Rechtschreibfehler, ohne Grammatikfehler, ohne, ohne, dass ich mir dachte, komisch. Also wirklich, so toll. Vielen Dank an der Stelle. Es hat auch irgendjemand geschrieben, dass das schon auch beachtlich ist, wenn man sich so eine Community aufbaut. Und ja, das kann ich nur an euch zurückgeben. Also wahrscheinlich ist es so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Viele von euch, ich würde sagen fast alle von euch, fanden das total schade, dass Christian bei YouTube leider nicht mehr stattfinden wird. Ich glaube, was euch genauso ging wie uns, war eben zu sehen, dass die ganzen Videos, die wir mit so viel Liebe produziert haben, dass wir die alle auf Privat stellen mussten. Ganz viele von euch haben geschrieben, das Geburtsankündigungsvideo, was ja wirklich mit das Schönste war auf meinem Kanal, finde ich. Und wo Christian auch so viel Arbeit reingesteckt hat und wo auch wirklich noch, da war ja Nikolaus schon auf der Welt. Da waren wir noch im Krankenhaus, da ist er trotzdem noch zweimal nach Hause gefahren, um dann so den letzten Schliff zu machen und das hochzuladen. Weil Nikolaus ja früher gekommen ist, das ist ursprünglich geplant. Also da steckt so viel, da steckt so viel Liebe drin. Oh Gott, nein, also jetzt fang ich auch mal zu heulen, Leute, oh Gott. Also das sind echt diese Nachschwangerschaftshormone. Also so schrecklich ist es jetzt auch nicht. Aber es ist halt einfach nur so, dass da einfach so viel Liebe drin steckt in diesem Video. Und gerade das tut einem dann halt schon irgendwie weh. Aber wie auch schon viele geschrieben haben, vielleicht ist es auch nicht für immer. Mein Gott, wer weiß, vielleicht ist es jetzt gerade mal eine Phase. Viele von euch haben auch geschrieben, wie sieht es denn mit Podcast aus oder kann Christian nicht hinter der Kamera irgendwie nur seine Stimme. Und das sind alles Sachen, wir gucken jetzt mal, wie sich das die nächsten Monate entwickelt. Das ist nichts, wo wir sagen können, genau so machen wir es jetzt. Sondern ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Entwicklung. Das Ganze muss jetzt einfach mal anfangen, seinen Gang gehen. Und dann werden wir sehen, was wir denn auch daraus machen, was funktioniert und was vielleicht auch nicht. Was mich wirklich total gerührt hat, war wirklich, dass fast alle von euch auch geschrieben haben, wie zum Beispiel die liebe Sissy. Wie schade, aber okay, ich habe deinen Kanal wegen dir abonniert und dabei bleibt es auch. So, 64 Likes. Dankeschön, liebe Sissy und Dankeschön, liebe alle anderen, die das eben auch geschrieben haben. Die es sozusagen auf den Punkt gebracht haben, die gesagt haben, hey, ist total schade mit Christian. Aber ganz ehrlich, Nela, das ist dein Kanal. Wir haben dich wegen dir abonniert. Du hast auch ohne Christian damals angefangen. Viele haben auch gesagt, so hey, die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Da gibt es dann natürlich auch neue Entwicklungsmöglichkeiten, neue Ideen, neue Videos, die man umsetzen kann. Und ich glaube, das war genau das, was ich irgendwie gebraucht habe letzte Woche. Ihr habt mir eigentlich das nochmal vor Augen gehalten, was ich auch gedacht habe. Und so möchte ich hier eigentlich auch weitermachen. Und ja, da bin ich einfach total froh, dass ihr da eben auch hinter dieser Idee steht und hinter mir steht und hinter dem Kanal steht. Also Dankeschön an der Stelle. Dann hat eine liebe Zuschauerin auch etwas geschrieben, was ich mir genauso gedacht habe. Das ist witzig, dass wir genau die gleiche Idee jetzt auch die Tage hatten. Nämlich die Michelle. Michelle hat geschrieben, mir fällt gerade ein, dass das Kennenlernen-Video, welches ja aufwendig geplant werden sollte, wegfällt. Ich würde stattdessen sowas wie ein Draw My Life, aber als Draw How We Met oder so ganz schön finden. Es sei denn, dass Christian das auch nicht mehr will. Ich glaube, habe ich das mal bei Michelle Phan gesehen? Ich weiß nicht, bei irgendeiner amerikanischen YouTuberin habe ich das nämlich auch gesehen. Und das war so eine schöne Geschichte. Das war so schön nacherzählt und so schön illustriert eben auch, dass ich mir dachte, boah, das ist es eigentlich. Das ist was Besonderes. Das ist hochwertig. Da kann man die Geschichte wunderschön erzählen. Und auf sowas hätte ich auch total Bock. So, Problem, ich kann nicht zeichnen. Also ich kann wirklich nicht zeichnen und schon gar nicht so schön zeichnen. Und wenn, dann will ich das ja auch wirklich schön haben. Darum müsste ich mal überlegen. Also falls ihr jemanden kennt, der toll zeichnen kann oder irgendeinen YouTuber, der vielleicht auch toll zeichnen, illustrieren kann und der vielleicht Lust hätte auf eine Zusammenarbeit, was das hier angeht. Vielleicht könnte man da irgendwie eine schöne Kooperation oder so starten. Also falls ihr irgendwelche Ideen dazu habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Übrigens hat Christian sich auch alle, 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 alle Kommentare durchgelesen. Und ich soll euch auch ganz lieb grüßen an der Stelle. Und er ist auch ein bisschen, ja, ich glaube, es ist schon so ein weinernes Auge ist da schon auch mit dabei. Er war jetzt am Wochenende. Ich meine, wenn ihr Christian immer wieder mal hören wollt, also das haben wir jetzt für uns entschieden, das müsste gehen. Er wird immer wieder mal in der Insta-Story zu hören sein, weil das ja auch nichts ist, was ewig irgendwie aufrufbar ist. Ich meine, natürlich könnt ihr euch die Sachen abspeichern. Aber wir glauben jetzt nicht, dass es so viele Verrückter draußen gibt, die unbedingt eine Story abspeichern müssen, wo Christian zu hören ist. Also haben wir dafür uns entschieden, das dürfte in Ordnung sein. Ja, und ich glaube, also für Christian, er hat sich das eben durchgelesen und er hat sich auch wahnsinnig gefreut. Und ich glaube, er war auch gleichzeitig wahnsinnig traurig. Und wir überlegen jetzt eben, wie wir diese ganzen Jobgeschichten vielleicht doch noch machen können. Vielleicht wirklich so, dass er irgendwie was aufschreibt, dass ich nochmal Fragen von euch einsammle, dass ich eben alleine dann ein Video dazu mache. Also wir wollen euch da auf jeden Fall nicht hängen lassen und versuchen euch noch was Schönes eben anzubieten. So, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, beziehungsweise ich habe es ja gerade erwähnt, mein Instagram-Account. Ihr habt auch unfassbar viel dazu geschrieben. Und es gibt eben eine Sache, die habe ich jetzt auch nochmal rausgekramt, nämlich die Landesmedienanstalten. Die haben ja damals auch für YouTube so einen Leitfaden mal aufgestellt, wie man Product Placements kennzeichnen soll, gesponserte Produkte kennzeichnen soll. Und das mache ich ja eben auch schon seit Jahren, genauso wie es die Landesmedienanstalten eben vorschreiben. Und die haben jetzt dieses Blatt erweitert, sozusagen um Instagram etc. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich mir immer gedacht habe, Mensch, genauso wie ich es bei YouTube mache, würde ich es eigentlich auch gerne bei Instagram machen, weil das für mich am meisten Sinn macht. Aber auch dazu habt ihr eben ganz klare Meinungen. Monika zum Beispiel schreibt, wenn ich merke, dass du etwas authentisch und von dir aus in die Kamera zeigst oder einfach nur benutzt, ist es mir ehrlich gesagt schnuppe, ob du Geld bekommen hast oder nicht. Ich brauche diese Kennzeichnung nicht, schon gar nicht, wenn du selbst etwas gekauft hast. Natürlich ist alles irgendwie Werbung, aber ist es auch, wenn ich etwas einer Freundin empfehle. Also ich denke mal, alle, ja, ich glaube, es waren wirklich alle von euch, die geschrieben haben, ey, wenn du selbst Produkte gekauft hast, dann kennzeichne das nicht als Werbung, weil das ist ja wirklich, du hast Geld dafür ausgegeben, das ist deine Meinung, wir vertrauen dir da auch, dass du ehrlich bist und wir finden, das muss nicht gekennzeichnet werden. Und da bin ich echt froh, dass ihr das auch so seht. Ich meine, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich ja eigentlich schon dazu geneigt wäre, das zu sagen, dass das auch Werbung ist und dass man das eventuell auch kennzeichnen müsste. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich habe es eben auch gelesen, dass darüber nachgedacht wird, eben auch solche Dinge zu kennzeichnen, die man selbst gekauft hat. Aber eigentlich bin ich froh, dass ihr alle geschrieben habt, dass es Nonsens wäre, das zu kennzeichnen, weil dann ist es ja wirklich, dann ist ja alles Werbung. Dann müsste ich jetzt die Bilder hier im Hintergrund, die Kissen, dann müsste ich meinen Pullover, alles, wonach ihr fragt, müsste ich ja alles immer mit Werbung kennzeichnen. Und das ist Schwachsinn, glaube ich auch. Andererseits würdet ihr gerne wissen, wenn ich Sachen zugeschickt bekomme, die ich euch zeige, dass ich das eben genau kennzeichne, von wegen wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Und dann wisst ihr eben auch Bescheid, ob ich dafür selbst Geld aufgegeben habe oder ob ich es halt einfach testen darf. Und das finde ich auch genau richtig so, denn so mache ich das bei YouTube ja auch, dass ich alle gesponserten Produkte ja auch immer kennzeichne in der Infobox. Und so finde ich das auch richtig bei Instagram. Ich werde euch einmal dieses Infoblatt der Landesmedienanstalten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr da auch mal draufgehen, ihr könnt genau nachlesen, was die Landesmedienanstalten eben empfehlen. Anna schreibt, wo war denn die Wettervorhersage? Ja, liebe Anna und liebe alle anderen, die genau auch nach der Wettervorhersage gefragt haben, die habe ich im letzten TGIR vergessen. Es ist tatsächlich so gewesen, ich habe alles aufgezeichnet gehabt, hatte die Speicherkarte schon in meinem Rechner und dachte dann so, oh nein, du hast die Wettervorhersage vergessen. Dann habe ich meine Wetter-App letzte Woche nochmal aufgemacht und habe mal geguckt, was da so Sache ist. Und ich habe nur Regenwolken gesehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das war wahrscheinlich irgendwie so ein inneres, keine Ahnung, so eine innere Vorhersehung. Ich wusste, es wird regnen. Zu so einem deprimierenden TGIRF wäre dann auch noch so deprimiertes Wetter dazu gekommen. Also sind wir mal nicht traurig, dass ich letzte Woche das Wetter vergessen habe. Wenn ich mir jetzt die Wetter-App anschaue, Leute, da stimmt doch irgendwas nicht. Immer wenn ich das Wetter hier vorlesen möchte, regnet es überall. Das gibt es doch nicht. Nächstes Wochenende, nächstes Wochenende. Also ich meine, heute ist Montag, das kann sich natürlich noch alles entwickeln. Aber egal, ob ich jetzt Berlin, München, Frankfurt... Ach, guck an, in Tettnang. In Tettnang scheint die Sonne. Ach, in Köln scheint auch am Samstag die Sonne. Okay, Samstag scheint für Köln, Braunschweig, Tettnang ein ganz guter Tag zu sein. Aber Berlin, Dresden, Leute, es tut mir leid. Leipzig, das sieht alles nach Regen aus. Eide, wübsch. Stuttgart auch Regen. Salzburg auch Regen. Wien auch Regen. Also, oh, London. Wenn wir schönes Wetter haben wollen, fliegen wir also alle nach London am Wochenende. Aber ansonsten macht es euch gemütlich. Ich habe mir hier heute meinen Matcha-Tee einmal gemacht. Letzte Woche hatte ich eine Tasse, da stand Hello Gorgeous drauf. Die war von H&M. Habe ich mir selbst gekauft. Also muss ich das jetzt nicht als Werbung kennzeichnen. Weil viele auch gefragt haben, woher ich denn die schöne Tasse habe. Der H&M hat... H&M hat schöne Sachen gerade. Es werden bestimmt auch wieder viele fragen, woher ich den Kuschelpulli habe. Das wird nämlich auch ständig gefragt. Der ist auch von H&M. Ich habe gerade, oder letzte Woche und vorletzte Woche, H&M leer geshoppt. Ich habe hier auch für Nikolas ganz viele neue Klamotten gekauft. Die haben echt schöne Sachen gerade. Wirklich. Manchmal finde ich die Sachen von H&M ganz schrecklich, ganz billig. Da habe ich das Gefühl, nach dem zweiten Waschen kann ich die Sachen direkt wieder wegschmeißen. Aber das hier scheint es irgendwie gerade gut zu sein. Ich habe mir auch hier Unterwäsche gekauft. Kann ich jetzt hier nicht so zeigen. Aber auch so einen wunderschönen BH, passende, also alles passend und so. Mit so ein bisschen Spitze. Also ganz toll. Sieht ganz toll aus. Wenn ich damit nicht so plötzlich andere komische Zuschauer anziehen würde, würde ich es euch wirklich zeigen. Aber ja, guckt einfach mal H&M am Wochenende, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen zu shoppen. Bei Regen ist es ja auch ganz schön. Online-Shopping, ne? Das ist eine gute Sache. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ihr lieben Raketen. Tschüss. Tschüss.